Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu diesem kleinen Infovideo. Viele fragen mich immer, was denn jetzt eigentlich mit die Sims ist, ob die Sims jetzt endlich mal wieder kommen und was ich da mache und wie es der Familie geht. Und die Wahrheit ist, ich habe privat die Sims gespielt und hatte alternd an. Das heißt, unser ganzer Haushalt ist jetzt im Seniorenaltag. Yay! Also mit denen spielen wir auf jeden Fall nicht weiter. Aber weil ich auch gerade wirklich Lust habe, darauf die Sims weiterzumachen und wieder Sims zu spielen, habe ich mir gedacht, mach ich das einfach, aber ich möchte es diesmal ein bisschen anders machen. Ich habe ja vorher so in den Tag hineingespielt und diesmal hätte ich wirklich Lust auf eine Challenge. Beziehungsweise dürft ihr jetzt abstimmen, welche Challenge es sein soll. Ich habe ja ein paar zur Auswahl und ich werde euch wahrscheinlich auch die Sachen hier reinschreiben, unten in die Infobox reinschreiben, euch hier ein Bild anzeigen und so weiter. Ihr könnt halt entscheiden. Ich erkläre mir die ganz kurz. Erstens ist die schwarze Witwitz-Challenge, die ich gerne hätte. Das Ziel der Challenge ist, einfach mindestens 10 Ehemänner umzubringen. Also heiraten und umbringen. Und ich weiß nicht, wie tönt die mich echt an? Arme IT. Nein, auf jeden Fall, da hätte ich Bock drauf. Die hört sich richtig lustig an. Dann gibt es eine Challenge, die sich angefangen selbst erklärt. Das ist die 100 Baby Challenge. Man muss einfach, also Ziel der Challenge ist es, 100 Babys zu bekommen. Insgesamt im Sim-Leben. Man muss halt das Sim-Leben auf extra lang stellen und kriegt 100 Babys. Und dann darf man halt nur für die Kinder da sein und so. Das fände ich ehrlich gesagt auch ziemlich nice. Und die letzte Challenge, die ich gedacht habe, wäre sowas wie eine, wie soll ich sagen, sowas wie eine, äh, was weiß ich, Big Brother Challenge. Die habe ich jetzt nur, äh, in einem anderen Forum so ähnlich gelesen, dass es einfach so eine Reality-Show ist, wo die Leute halt einziehen und ihr mir dann in die Kommentare schreiben könnt, was für Aufgaben die einmal die Woche machen müssen, um irgendwas zu gewinnen. Und, ja, dass wir dann so gemeinsam was machen. Ihr sagt mir, wer rausfliegt und so weiter einmal die Woche und sagt mir die Aufgaben und das setzen wir dann halt in Sims um. Wenn euch eine von den Ideen gefällt oder vielleicht sogar mehrere, dann schreibt es in die Kommentare, welche euch am besten gefällt, ob ich diese Challenge machen soll, ob ich wieder Sims machen soll und, ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ich denke mal, äh, doch, stopp, ich denke mal, ich packe einen Abstimmungslink rein. Das ist eine gute Idee. Ich packe einen Abstimmungslink rein, darauf trägt ihr drauf und dann machen wir das. Okay, jetzt aber. Ciao.